Hallo Leute, heute wollte ich euch mal zeigen, wie man so ein Motorrad aufbockt. Alleine ohne Hilfe von irgendjemandem, natürlich nur mit der Hilfe des Ständers hier. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr diese Aufnahme hier direkt unter die Bobins, diese Ständeraufnahme unterbekommt. Auf der anderen Seite genauso. Dann balanciert ihr das Bike, das nicht umkippt. So, jetzt kommt der etwas Kraftraum der andere Teil. Man muss ordentlich drücken, hier drücken und am besten mit der anderen Hand am Sitz oder an den Sozius Fußrasten festhalten und nach hinten ziehen. So sieht das Ganze dann aus. So, und das Bike steht. Wie lasse ich das wieder runter? Genauso, hier an den Sozius Fußrasten. Auf der Seite genauso wie auf der anderen Seite festhalten. Hier dran ziehen und loslassen. So, das war es schon gewesen. Sollte man ihn bekommen.